Wir haben nicht die geringste Vorstellung davon, wie sehr der Einsatz von künstlicher Intelligenz unseren Stromverbrauch in die Höhe treiben wird. Das sagte OpenAI-Chef Sam Altman Anfang des Jahres beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Schon in zwei bis drei Jahren könnten die großen Betreiber von KI-Infrastruktur wie Amazon, Google, Microsoft, Meta oder Oracle die bestehenden Energiesysteme an ihre Grenzen bringen, prognostiziert auch die internationale Energieagentur. Im Silicon Valley hat man bereits eine Lösung für das Problem. Ein Comeback der Kernenergie. Stromfresser-KI wie Tech-Unternehmen am Revival der Kernenergie arbeiten. Projekt Amsterdam wie Volkswagen am vielleicht wichtigsten Autoprojekt dieses Jahrzehnts arbeitet. Und überraschende Insolvenz der Motorenkomponentenhersteller Elko König ist zahlungsunfähig. Damit herzlich willkommen zu den Industrie-Magazin-News. Vor wenigen Tagen hat die internationale Energieagentur IEA ihren Jahresbericht veröffentlicht. Die Daten für die Europäische Union sind bemerkenswert. Der Stromverbrauch in der EU ist seit dem Jahr 2022 um mehr als 12 Prozent gesunken. Leider hat das sehr wenig mit steigender Energieeffizienz zu tun. Vor allem die energieintensiven Industrien wie die chemische Industrie, die Papierindustrie, Stahl-, Aluminium- und Kunststofferzeuger haben ihre Produktion in Europa deutlich eingeschränkt. Die chemische Industrie hat zum Beispiel ihren Output in Europa alleine im Vorjahr um 12 Prozent zurückgefahren und damit um 20 Prozent weniger Strom verbraucht. Die Aluminiumindustrie hat um 13 Prozent weniger produziert und damit für 4 Prozent geringeren Stromverbrauch gesorgt. Die schlechte Nachricht, Teile dieser Produktionskapazitäten dürften für immer vernichtet sein und in Regionen mit niedrigeren Energiepreisen wie den USA oder nach Asien abgewandert sein. Von den 55 Terawattstunden, die 2022 und den 56 Terawattstunden, die 2023 weniger von der Industrie konsumiert wurden, dürften bis 2026 nur 72 Terawattstunden wieder zurückkommen. Die Effekte dieser Deindustrialisierung lassen, und das ist das einzig eigentlich positive an diesen Zahlen, Spielraum für die erwartete Bedarfssteigerung für Elektromobilität und Wärmewende. Und, jetzt sind wir beim eigentlichen Thema unserer Sendung, sie lässt Europa Spielraum für den exponentiellen Anstieg den Experten für den Einsatz von KI-Anwendungen prognostizieren. Um 29 Terawattstunden soll der Strombedarf, vorwiegend getrieben durch die vielen KI-Funktionen in unseren IT-Anwendungen, alleine in den nächsten 24 Monaten in der EU ansteigen. Und das dürfte erst der Beginn des exponentiellen Anstiegs sein. Schon 2026 soll der IT-Sektor weltweit einen Stromverbrauch von 1000 Terawattstunden erreichen. Das ist so viel wie ganz Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft der Erde, heute verbraucht. Schon lange betonen KI-Experten, dass der bevorstehende Einsatz von generativer AI in unseren Softwareprodukten mit der Verfügbarkeit von Strom steht und fällt. Die Lösung des Problems sieht man in der breiten Anwendung von Kernenergie. Steht die Technologie, die in Österreich seit Zwentendorf in den 70ern und in Deutschland seit Fukushima 2011 tabu ist vor einem Revival. Wissen Sie eigentlich, wie viel Energie Sie verbrauchen, wenn Sie eine typische Google-Suche veranlassen? 0,3 Wattstunden verschlingt eine Anfrage. Das ist rund 10 Prozent der Energie, die Ihr Smartphone für eine Vollaufladung benötigt, rechnet der Energieversorger EVN vor. Doch der Energiebedarf wird sich schon in den nächsten Wochen wahrlich potenzieren. Mit dem weltweiten Ausrollen der neuen KI-Funktionen in der Google-Suche soll eine Anfrage an den Suchmaschinenbetreiber künftig so viel Energie benötigen wie ein Prompt an JetGPT. Rund 2,9 Wattstunden. In den kommenden zwei Jahren wird sich der globale Energiebedarf für KI-Anwendungen verdoppeln, hat die Internationale Energieagentur errechnet. Der exponentielle Anstieg wird sogar den zusätzlichen Bedarf für Elektromobilität und die Wärmewende in den Schatten stellen und könnte den universellen Einsatz von KI in Zukunft gefährden. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte Sam Altman, der Chef von OpenAI, ohne einen Durchbruch in der Energiefrage gibt es keine Möglichkeit, dass sich KI in breitem Maße durchsetzen kann. Die großen Player der KI-Infrastruktur, Amazon, Google, Microsoft, Meta oder Oracle dürften die bestehenden Energiesysteme mit ihrem Bedarf schon in wenigen Monaten an ihre Grenzen bringen. Die Lösung für das Energiedilemma der Zukunft sieht man im Silicon Valley vor allem in der Kernenergie. Die Technologie, die in dem mit Wasserkraft gesegneten Österreich seit dem Nein zu Zwentendorf 1978 und in Deutschland seit Fukushima nicht mehr mehr mehrheitsfähig ist, gilt in weiten Teilen der Erde als zuverlässige und grüne Technologie. Sie gilt als emissionsarm CO2-neutral und wurde von der Europäischen Union als Brückentechnologie zur Erreichung des Zero-Emissions-Ziels sogar als förderwürdig beurteilt. Zehn Jahre nach der Katastrophe von Fukushima erlebt die Kernenergie also ein erstaunliches Comeback, auch getrieben durch die Player im Silicon Valley und den Energiehunger der neuen künstlichen Intelligenz. In der Tech-Industrie sieht man die Kernenergie als vielversprechendste Möglichkeit, die enormen zusätzlichen Energiemengen kostengünstig und emissionsarm bereitzustellen. Fast alle großen Namen im Silicon Valley beschäftigen sich derzeit mit Atomspaltung oder deren Fusion. Tesla-Gründer Elon Musk preist die Technologie. Microsoft-Milliardär Bill Gates fördert Start-ups im Atombereich mit Milliardensummen. Amazon-Chef Jeff Bezos lässt ein erstes Demonstrationsprojekt eines Kernfusionsreaktors in Großbritannien errichten. Und auch der PayPal-Milliardär Peter Thiel versucht den Durchbruch im Bereich der Kernfusion. Das Start-up Helios, das Thiel mitfinanziert hat übrigens schon seit 2015 den mittlerweile als OpenAI-CEO auch in Europa bekannten Sam Altman als Executive Chairman. Mit Helios will Altman als erstes Unternehmen der Welt durch Kernfusion Energie erzeugen. Mit Kernschmelze würde, im Gegensatz zur Kernspaltung, weniger Atommüll produziert und nukleare Unfälle ausgeschlossen werden. Doch bislang ist es niemandem gelungen, damit mehr Strom zu produzieren, als für die Verschmelzung aufgewandt werden muss. Doch das Tragen von Bedenken ist die Sache von Silicon Valley Unternehmern nicht. Erste Abnahmeverträge für den Kernfusionsstrom hat Helios schon geschlossen und zwar mit dem Software-Riesen Microsoft, dem Großaktionär von OpenAI. Wenn der Durchbruch mit der Kernschmelze nicht funktioniert, soll zumindest die Kernspaltung, also die klassische Atomkraft, noch sicherer und effizienter werden. Deshalb hat Altman mit dem Unternehmen Oklo auch vor einigen Jahren ein Start-up gegründet, das Atomreaktoren entwickeln soll, die mit Atommüll als Brennstoff betrieben werden können. Das Start-up, das vor wenigen Tagen an die Börse ging, ist mit Siemens Energy eine Partnerschaft eingegangen, die die Lieferung von Dampfturbinen und Generatorentechnik umfasst. Bis zum Durchbruch der Technologie, in die man im Silicon Valley investiert, werden die Datacenter der großen KI-Player weiter mit herkömmlicher Atomenergie versorgt. So hat Amazon beispielsweise Anfang März ein von dem Kernkraftwerksbetreiber Talen Energy auf die grüne Wiese gestelltes Megadatencenter erworben. Der Grund für den Kauf war nicht das Datensensor an sich, sondern der mit dem Erwerb dazu gekaufte Strom. Ein garantierter Liefervertrag über die Abnahme von mehr als einem Gigawatt Strom mit einem Aufschlag von 50 Prozent auf die aktuellen Strompreise vom angeschlossenen Atomkraftwerk. Die Kosten des Einsatzes von künstlicher Intelligenz werden in Zukunft fast ausschließlich von den Energiekosten bestimmt werden, prophezeite Carolyn Cochran, Mitbegründerin des von Sam Altman gegründeten Atomenergie-Startups Oklo. Im März bei der renommierten South by South West Tech-Konferenz in Austin, Texas. Die Verfechter der Kernenergie haben mit dem digitalen Fortschritt jedenfalls einen mächtigen Verbündeten bekommen. Wenn Sie das Thema KI und Energieverbrauch interessiert, dann darf ich Ihnen unseren Industriemagazin News-Beitrag aus dem Februar ans Herz legen. Darin beschreiben wir, wie der heimische KI-Pionier Sepp Hochreiter, der in den 1990er Jahren mit der Entwicklung des Long-Short-Term-Memory die Grundlagen für die heutigen KI-Modelle legte, heute an deutlich effizienteren, energiesparenderen und auch semantisch sensibleren Algorithmen arbeitet. Wir verlinken den Beitrag in den Shownotes. Themenwechsel. Für Volkswagen ist es das wohl wichtigste Vorhaben der kommenden Jahre. Unter dem Projektnamen Amsterdam hat man in Wolfsburg seit vielen Jahren an der Entwicklung eines elektrischen Einstiegsautos für unter 20.000 Euro getüftelt, die der Konkurrenz aus China etwas entgegensetzen soll. Doch als Projektpartner war eigentlich Renault vorgesehen. Letztlich hat sich in Wolfsburg die Einsicht durchgesetzt, dass für einen der größten Automobilkonzerne der Welt Einsteigermodelle am unteren Preisband im Volumensbereich zum Kerngeschäft gehören. Und Renault wird seinen 20.000 Euro Twingo jetzt gemeinsam mit Chili entwickeln. Die Hauptversammlung der Volkswagen AG am Donnerstag vergangener Woche war vor allem von Sicherheit geprägt. Nach Tortenwürfen und oben ohne Protesten von Klima- und Menschenrechtsaktivisten bei der Hauptversammlung im Jahr 2023 entschied sich der Deutsche Automobilkonzern für eine rein digitale Veranstaltung. Sogar die genaueren Örtlichkeiten der Übertragung wurden geheim gehalten. Einzig, dass sie am Gelände von VW in Wolfsburg stattfinden würden, war klar. Die wichtigste Neuigkeit hat Volkswagen aber ohnehin schon am Vorabend veröffentlicht. VW gibt grünes Licht für seinen geplanten Einstiegsstromer. Die Weltpremiere ist für 2027 geplant und das Fahrzeug soll in der Preisregion um 20.000 Euro angeboten werden. Hergestellt werden solle das Fahrzeug in Europa. Damit sich die Elektromobilität in der Breite durchsetzt, braucht es attraktive Fahrzeuge. Gerade im Einstiegssegment, sagt Blume. Wo das Auto gebaut werden soll, steht noch nicht fest. Deutschland komme aber nicht in Betracht, fügte Blume hinzu. Bereits den 2026 geplanten ID2ALL für 25.000 Euro hatte VW aus Kostengründen an die Konzerntochter Seat nach Spanien vergeben. Der Einstiegsstromer soll jetzt als VW ID1 auf den Markt kommen und könnte für Volkswagen ein Befreiungsschlag sein. Denn erst vor kurzem hatte der chinesische Elektrobauer BYD angekündigt, sein Einstiegsmodell Siegerl auch in Europa für unter 20.000 Euro anzubieten. In China kostet das Fahrzeug in der Basisvariante umgerechnet weniger als 10.000 Euro. Auch von VW-Mitbewerber Stellantis steht mit Billigstromern seines chinesischen Partners Liebmotor in Europa in den Startlöchern. Offen bleibt, wie genau die Wolfsburger in dem als unprofitabel geltenden Segment Geld verdienen wollen. Ein Hebel könnte die Umsetzungsdauer sein. Volkswagen will bei seinem für 2027 geplanten Einsteiger-Elektromodell das Entwicklungstempo deutlich erhöhen. Mit 36 Monaten werde die Entwicklungszeit deutlich kürzer als bei bisherigen Modellen. In der Branche ist der Name des kleinen Vorarlberger Motorkomponentenherstellers Elko König weltweit ein Begriff. Das Familienunternehmen aus Rangweil produziert Zylinder und Kolben für Hochleistungsmotoren von Straßen- und Offroad-Motorrädern sowie für Industriemotoren. Das Unternehmen hat eigentlich einen ziemlich schwer zu ersetzenden Platz in der Lieferkette. Trotzdem musste man in der Vorwoche Insolvenz anmelden. Der Vorarlberger Motorenkomponentenhersteller Elko König geht seit längerem durch wirtschaftlich schwere Zeiten. Vergangenen Montag ist nun ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt worden. Als Gründe für die Insolvenz wurden signifikante Auftrags- und Umsatzrückgänge, steigende Energiekosten im Vorjahr sowie überdurchschnittlich hohe Kollektivvertragsabschlüsse genannt. Letztere hätten Lohnkostensteigerungen von fast 20 Prozent in den vergangenen beiden Jahren verursacht. Elko König hätte im November 2023 wegen massiver Umsatzrückgänge eine Viertagewoche eingeführt, um nach einer KV-Erhöhung einen weiteren Personalabbau zu verhindern. Schon im Mai waren vorsorglich rund 70 Beschäftigte beim AMS zur Kündigung angemeldet worden. Das Unternehmen produziert Kolben und Zylinder für Zwei- und Viertakt sowie Gas- und Dieselaggregate in Hochleistungsmotoren von Motorrädern sowie in Industriemotoren. Kunden sind nahezu alle führenden Hersteller. Durch Spezialisierung haben sich die Vorarlberger einen schwer substituierbaren Platz in der Lieferkette gesichert. Beschäftigt sind derzeit 188 Arbeiter, 172 Angestellte sowie aktuell 28 Leiharbeiter. Der Batteriehersteller Banner mit Sitz in Leonding hat im Geschäftsjahr 2324 einen Umsatzrückgang von einem Prozent auf 302 Millionen Euro verzeichnet. Energiekrise und Inflation sowie Lieferkettenprobleme und die Konkurrenz aus China setzen das Unternehmen, das Starter- und Bordnetzbatterien für Verbrenner und Elektroautos liefert, unter Druck. Steigende Nachfrage erwartet man bei Banner für das zweite Standbein der Gruppe. Die Unit Energy Solutions widmen sich Energiespeicherlösungen für kritische Infrastruktur und diverse Maschinen und Fahrzeuge von Staplern bis zu Caravans. Europaweit beschäftigt die Bannergruppe derzeit rund 750 Mitarbeitende. Die Stimmung in der österreichischen Industrie hat sich zuletzt etwas gebessert. Der Aufwärtstrend des Unikreditbank Austria Einkaufsmanager Index setzte sich im Mai fort. Der Indikator stieg auf 46,3% und erreichte damit den höchsten Wert seit 15 Monaten. Allerdings signalisiert erst ein Wert über 50 Punkten Wachstum. Das Ende der Rezession dürfte demnach unmittelbar bevorstehen. Die Erwartungshaltung der befragten Industriemanager ist jedenfalls optimistisch. Der Teilindex, der die Erwartungen für die kommenden 12 Monate abbildet, stieg im Mai auf 56,3 Punkte und lag damit klar im positiven Bereich. Das waren die Industrie-Magazin-News für diese Woche. Alle Folgen können Sie in der Mediathek auf unserer Webseite nachsehen unter industrie-magazin.at slash news-tv. Das Industrie-Magazin ist jetzt auch auf WhatsApp. Scannen Sie den eingeblendeten QR-Code, abonnieren Sie unseren Kanal und bekommen Sie einmal täglich die wichtigsten News aus der Industrie direkt auf Ihr Handy gepusht. Wenn Sie uns zufällig auf YouTube gefunden haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns ein Like dalassen und unseren Kanal abonnieren. Im Namen von Redaktion und Technik darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017